Dieser Tempel befindet sich im Südosten des Westlake in Hanoi und ist ein wichtiger religiöser Ort für viele Vietnamesen. Der Dan Guang Tan wurde im 11. Jahrhundert erbaut und ist bekannt für seine atemberaubende Architektur, sein prächtiges Tor und seine dekorativen Details. Der Tempel wird von vielen als einer der heiligsten Orte der Stadt angesehen und ist ein wichtiges Zentrum des Gebets und der Meditation. Der Tempel beherbergt eine Statue von Huyen Tien Chang Wu, einem der vier Schutzheiligen von Hanoi. Besucher können auch die antiken Glocken und Trommeln besichtigen, die Teil der traditionellen religiösen Zeremonien des Tempels sind. Das Dan Guang Tan ist eine wichtige kulturelle und religiöse Stätte in Hanoi und ein wunderbarer Ort, um mehr über die reiche Geschichte und Tradition Vietnams zu erfahren.